Seit nunmehr 46 Jahren hütet Harald Irmscher diesen Schatz. Es ist nicht irgendein Trikot. Getragen hat es Franz Beckenbauer am 22. Juni 1974 beim legendären WM-Spiel in Hamburg. Wie Irmscher an dieses Unikat kam, behielt er lange Zeit für sich. Schließlich war einem DDR-Spieler die Kontaktaufnahme mit dem Klassenfeind untersagt. Irmscher ist das egal. Nach dem Sieg der DDR über den späteren Weltmeister angelt er sich die wertvollste Trophäe der DFB-Auswahl. Wann bekommst du wieder mein Hemd von Sepp Mayer oder von Paul Breitner. Und ich habe das Glück gehabt, eben das Hemd von Franz zu bekommen. Im sächsischen Oelsnitz aufgewachsen, macht sich der junge Mittelfeldspieler beim Motor Zwickau einen Namen. Als er mit den Westsachsen 1967 Pokalsieger wird, hat er schon sein erstes Länderspiel absolviert. Er zielt im damaligen Karl-Marx-Stadt gegen Ägypten auch sein erstes Auswahl-Tor. Da ist er gerade 20. Kein Wunder, dass Georg Buschner auf ihn aufmerksam wird, ihn 1968 zum DDR-Meister nach Jena holt. Die Erfolge von damals haben Strahlkraft bis heute. Man bekommt noch Autogrammpost, das ist eigentlich das Schöne. Nicht nur aus der Ex-DDR, sondern auch aus den alten Bundesländern vielmehr. Da sieht man auch, guck, ich gab's mal und viele erinnern sich noch dran, die Autogrammsammler sind. Mit der Wende kommt der Bruch. Harald Irmscher, inzwischen 44 und zuletzt als Trainer in Frankfurt tätig, macht eine Umschulung. Ab 1991 steht er täglich früh um sieben in seiner kleinen Werkstatt, renoviert Türen, fast 15 Jahre lang. Ich war vom Fußball weit weg, klar. Ich hatte mich in diese Sache hinein verbissen gehabt und hab gesagt, ich will's auch allen anderen beweisen, dass es auch so geht, um mein Geld zu verdienen. 2005 folgt er dem Lockruf von Bernd Stange und wird als dessen Co-Trainer auch noch zum Weltenbum. Nur erst Zypern, dann Weißrussland, Singapur und Syrien. Was ihm wichtig ist, all das ging nur mit der Unterstützung seiner Frau. Und da muss ich nochmal ganz herzlichen Dank sagen meiner Frau, dass sie das alles so glänzend gemeistert hat. Ich sag immer sicher, meine Chefin. Seit einiger Zeit ist er Ruheständler, aber was heißt das schon, wenn man auf so ein bewegtes Leben zurückblicken kann? Gestern wurde Harald Irmscher, 75, auch von dieser Stelle die besten Wünsche.